Fünf Gründe, warum ihr nach einem Haftlichtschaden mit eurem Auto einen eigenen Sachverständigen einschalten solltet. Ihr hattet einen Unfall, den ihr nicht verschuldet habt? Dann solltet ihr einen eigenen Gutachter beauftragen. Erstens, objektive Schadensfeststellung. Mit dem Gutachten erhaltet ihr eine objektive und fachkundige Grundlage für die Schadensregulierung. Der Gutachter findet auch nicht auf Anhieb sichtbare, versteckte Schäden. Der tatsächliche Schaden ist doch höher, als man als Laie annimmt. Der Gutachter ermittelt eine mögliche Wertminderung. Er ermittelt, ob das Fahrzeug nach dem Unfall noch fahrbereit verkehrssicher ist. Er gibt Auskunft, ob eine Notreparatur möglich ist. Zweitens, das Gutachten ist die Grundlage für die Regulierung. Ihr dürft das Gutachten als Grundlage für eure Entscheidung benutzen. Ihr dürft euch auf das Gutachten verlassen. Liegt laut Gutachten ein Reparaturschaden vor, dürft ihr das Fahrzeug, so wie der Gutachter es vorgesehen hat, eine Reparatur in Auftrag geben. Drittens, Beweissicherung. Mit dem Gutachten habt ihr eine Beweissicherung für spätere Streitigkeiten. Vielleicht wendet der Unfallgegner ein, dass der Schaden gar nicht so hoch gewesen sein kann. Oder dass der geltend gemachte Schaden nicht durch den Zusammenstoß gekommen sein kann. Mit dem Gutachten und dem vom Gutachter gemachten Fotos könnt ihr alles viel besser nachweisen. Viertens, Leasingfahrzeuge. Bei Leasingfahrzeugen besteht oftmals aus dem Leasingvertrag heraus eine Verpflichtung ein Gutachten einzuholen. Die Leasing will natürlich Informationen über den Unfall und den eingetretenen Schaden haben. Fünftens, Dokumentation für den späteren Verkauf. Wenn ihr das Fahrzeug später einmal verkaufen wollt, müsst ihr den Unfallschaden angeben. Dann ist es natürlich von Vorteil, wenn ihr ein Gutacht mit der dazugehörigen Reparaturrechnung habt und dem Käufer alles genau nachweisen könnt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, naja alles tolle Punkte, aber wer bezahlt jetzt das Gutachten? Das muss die Versicherung des Unfallverursachers zahlen. Für euch entstehen keine Kosten.